Hallo, ich bin Dirk von mobile.de und ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Wir suchen den besten Gebrauchtwagenverkäufer oder die beste Gebrauchtwagenverkäuferin für E-Mobilität in Deutschland. Es gibt einen Preis zu gewinnen, die goldene Batterie. Außerdem laden wir den Gewinner oder die Gewinnerin ein. Als VIP-Gast auf die Cars & Bytes schickt uns ein Bewerbungsvideo, warum ihr der Richtige seid, die Richtige seid oder ihr kennt die richtige Person bis 30.04. an dieser Adresse. Es gibt zwei Preise, einmal im Bereich Markenbetrieb, einmal im Bereich freier Handel. Wir haben eine Fachjury unter anderem mit Owe Kröger. Also bewerbt euch jetzt viel Erfolg.